Sie sägen, schweißen oder verkabeln. Die Handwerker in Stadt- und Landkreis Neumarkt haben gut zu tun und bräuchten in vielen Fällen Unterstützung. Das Problem, damit Fachkräfte auf Stellensuche auf eine Firma aufmerksam werden, sollte diese im Internet präsent sein. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen gibt es wenig Kapazitäten personell, dass man sich auch um die Darstellung im Internet über Homepage Gedanken machen kann und die er ständig wieder auf den neuesten Stand bringen kann. Und hier setzt das neue Portal Starke Jobs an. Nicht nur für mittelständische Handwerksunternehmen, welche gerade in der Region Neumarkt stark vertreten sind, ist dies eine Plattform, auf der sie sich unkompliziert präsentieren können. Ohne viel Mausklicks oder Programmierwissen kann ein Handwerker hier Stellenangebote online setzen. Und nicht nur das. Er kann sich selber auch als Betrieb einmal präsentieren. Und er bekommt gewisse Hilfestellungen kostenlos, auch durch Fachleute, wie man mit dem Medium Internet und der Digitalisierung umgeht. Also es gibt da wirklich mehrere positive Effekte. In der Grundvariante ist zum Beispiel ein Stellenangebot mit Betriebspräsentation kostenlos. Unter anderem, da das Pilotprojekt vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert wird. Klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist auch für die ländliche Entwicklung zuständig. Von daher können wir diesen Service drei Jahre lang kostenlos anbieten. Wenn jemand tiefergehend sich darstellen will, gibt es auch in unterschiedlichen Stufen die Möglichkeit durch Zuzahlungen. Im Optimalfall findet sich über Starke Jobs jemand, der kompetent mit anpacken kann. Beim Sägen, Schweißen oder Verkabeln.